so der stream läuft jetzt das erste mal hoffentlich passt das einigermaßen audio setup ein bisschen 1g aber man kann hier in OBS irgendwie ein Rauschfilter und Tüdelüt alles einstellen schauen wir mal ob das demnächst klappt das Licht ist noch nicht so doll funktionieren einigermaßen ok ja was hier zu sehen gibt dazu mehr in dem Video heute Abend und ja mal schauen was hier alles das bringt und was mir und euch das vielleicht bringt alles klar dann bis heute Abend macht's gut